Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wir haben gestern im Stream die 90 Abonnenten geknackt bzw. nach dem Stream haben wir die 90 Abonnenten geknackt. Im Stream hatten wir glaube ich 9 Abonnenten plus gemacht. Während der Champions Series ging es übelst ab. Wir haben richtig viele Aufrufe gemacht und freut mich auf jeden Fall extrem. Wir hatten glaube ich 14 Likes auf dem Stream. Wirklich super super nice Support von euch. Freut mich richtig so etwas zu sehen und behaltet das gerne bei. Jetzt wird nur 10 Abonnenten bis wir die 100 Abonnenten erreicht haben und ich denke mal das sollte in 2 Wochen ganz gut möglich sein. Die Highlights vom gestrigen Fortnite Champions Series werde ich auch noch irgendwann online bringen. Mal gucken ob ich es heute schaffe das zu schneiden. Ansonsten kommt es nach der Klassenfahrt. Ich heute Mittag dann auf Klassenfahrt fahre bis Freitag Mittag. Und da kann ich eben halt nur Videos vorproduzieren. Ja und jetzt werden wir auf jeden Fall mal in den Items Shop reingucken und gucken was dort heute alles drin ist. Ich habe schon gesehen es ist wieder ein neues Skin drin. Und zwar der Unterdrücker. Und er sieht tatsächlich im Gesicht so ein bisschen aus wie der Besucher. Wenn man sich das mal so anguckt. Hier mit mit diesem Display im Prinzip mit dem roten Streifen im Gesicht. Sieht echt ganz nice aus. Hier auch mit einem Effekt. Hier geht es so rüber im Prinzip immer. Der Backpack sieht auch übelst nice aus. Das ist hier auch mit zwei verschiedenen Stilen einmal blau einmal rot gefällt mir auf jeden Fall. Dazu passend gibt es die Plasma Klinge. Auch wieder in zwei Stilen. Finde ich ziemlich cool. Hat einen coolen Effekt. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann gibt es noch Dreieckmuster als Lackierung. Sieht auf jeden Fall nice aus. Gefällt mir. Warte ich kann hier nochmal andere Modelle zeigen. Ja sieht auf jeden Fall nice aus. Offenbar sieht das auch nice aus. Der Effekt sieht echt nice aus. Gefällt mir. Ja dann habe ich hier den Strandbomber mal wieder. War schon relativ lange nicht mehr im Shop. Ist ganz in Ordnung. Es geht auch nur ein blauer Skin. Geht auf jeden Fall klar. Die Lackierung hier mag ich nicht ganz so. Weil das einfach keine animierte Lackierung ist. Und die Farben jetzt auch nicht. Auch mich nicht ganz so ansprechen. Dann habe ich hier den Farbengleiter. Ist auf jeden Fall ein ganzes. Standardgleiter im Prinzip nur. Oben bisschen etwas anderes. Ist jetzt nichts allzu besonderes. Dann habe ich hier den Schmetterlinge Charakter. Finde ich richtig cool. Das Backpack sieht wirklich schön aus. Und das Skin sieht schön farbenfroh aus. Gefällt mir. Als nächstes haben wir voll ab lachen. Äh wenn man den im Mode macht. Fühlt sich der Gegner definitiv immer triggert. Weil einfach die Lache komplett dumm ist. Also wenn man Gegner abfacken will. Dann ist das genau das Richtige. Dann haben wir hier blaues Kamu. Als Lackierung die neue ist. Sind definitiv in Ordnung. Ist jetzt eh mal nichts besonderes. Weil sie wieder nicht animiert ist. Da hätte ich eher zur animierten Lackierung geraten. Weil die auch nur 200 Vibugs teurer ist. Dann haben wir Splitter Sichel. Sieht äh. Mir gefällt die Spitze auf jeden Fall. Und es sieht auch cool aus. Dass hier der Schmetterling im Prinzip einfach rumfliegt. Dann habe ich hier den Nachtlichtcharakter mal wieder. Ist ein ganz netter Charakter. Gefällt mir. Und dann habe ich wahres Herz. Ich habe Effekte aus. Ähm. So bringt es natürlich nichts. Weil man Effekte anhaben muss. Sonst wird bei dem Mode nichts gezeigt. Klar. Es wird trotzdem nichts gezeigt. Nice. Egal. Ich glaube man braucht irgendwie epische Settings. Um das zu sehen. Normalerweise sollten da. Eigentlich irgendetwas sein. Okay. Ist ja auch gut wenn es nicht mehr da ist. Wie gesagt. Ursprünglich sollte da mal etwas. Sein. War früher so. Das war es mit dem. Battle Royale Shop. Ich werde jetzt nicht in den Rettivild Shop mehr reingucken. Außer Donnerstags. Weil es einfach unnötig ist. Und ich hoffe es hat euch auf jeden Fall gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.